Sein Ausfall ist aber gar nichts gegen den Abflug von Reykönan und Alesi. Beim Sauber war die Aufhängung gebrochen. Glücklicherweise bleiben beide völlig unverletzt. Was für ein Crash. Die Wiederholung wird zeigen, dass beide unheimlich viel Glück hatten, heil aus diesem Unfall herauszukommen. Auch die nachfolgenden Fahrer hatten großes Glück, nicht von Wrackteilen aus dem Unfall getroffen zu werden. Alesi kümmert sich um Reykönan, als der Vorhang für seine eigene Formel-1-Karriere mit 13 Jahren und nach 200 Formel-1-Grand Prix gefallen ist.